Was soll diese Respektlosigkeit, wenn dein Lehrer die Klassen besitzt haben, die schneller aufzuschieben und sich zu verbeugen? Bevor ihm alles tut, was peinlich, verbrüht sich der Fenster ordnet, an einem Lehrer, dem nicht nötig, müssen sie sich bestimmt auch noch befüllen. Natürlich sind sie erst von geschockt. Entschuldigt bitte meinen Ausbruch. Für mich ist das alles neu. Ich warme von dem Lehrer. Und bevor wir zur Besprechung der Hautabgaben kommen, möchte ich nochmal klarstellen, dass während des Unterrichts keine Attentate erlaubt sind. Ihr müsst auch hoffentlich Rücksicht nehmen. Vergesst nicht, dass der Unterricht auch für euch ist. Denn wie ich gehört habe, sollten die schlechtesten Schüler der gesamten Schule in dieser Klasse sitzen. Aber das glaube ich nicht. Viel mehr habt ihr euch in eurem letzten Test hängen gelassen oder ihr habt aus persönlichen Gründen die Lust am Lernen verborgen. Aber von nun an werdet ihr zusammen an euren Leistungen arbeiten. Und vielleicht werdet ihr es bis zum Ende des Schuljahres aufgeschaffen, nicht umzubringen. Darum freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch. Und falls jemand von euch noch etwas aus China braucht, ich wollte in der Mittagspause zum Essen rüberfliegen. Also könnte ich euch auch etwas mitbringen. Ich komme auch während des Flugs auf meine Kosten. Ich komme auch mit euch an hier. Ich komme auch mit euch an! Ich komme auch mit euch an! Man ist nur mit euch!